Hallo Leute, SheepinBlack hier und wir sind mal wieder bei Survival Games mit dem Nico und dem Paul als Gastkommentator, weil es nicht geschafft hat, auf den Server zu kommen. Hallo. So, also mein Plan ist, damit du es weißt, ich hole die Kiste in der Mitte und renne nach da. Moment, jetzt kommt es gleich. Ah, okay. Nein, 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 das war mein Schwert, das war mein Steinschwert. Nein, ich habe das Steinschwert nicht bekommen aus der Kiste. Das ist schlecht. Also er kann mitkommentieren, da wir Bildschubertragung haben über Skype, das ruckelt zwar ein bisschen, glaube ich, also so Daumenkino-like, aber besser als nichts. Oh, da ist eine Kiste, komm schon, komm schon, ich brauche ein Schwert, ich brauche ein Schwert, ich brauche ein Schwert. Ne Angel, yes, ich habe gewonnen. Ich habe ne Angel, ich habe den Jackpot. Genau. Ist er hinter mir? Ne. Gut, 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 gut. Jetzt kann ich nämlich in den Hangar, in den Klündern, ich muss nur aufpassen, dass keiner hinter mir ist. Oh, ich habe ein Steinschwert. Imba, Imba. Niemand da, niemand da. Noch ein Steinschwert, zwei Steinschwerter. Also ich habe jetzt insgesamt drei Steinschwerter. Ist noch niemand da, okay. Okay, hier ist sonst kein Chest. Okay, go. Das werde ich sowas von rocken. Also normalerweise hätten wir beide schon ein Schwert oder so. Weil ich habe drei Steinschwerter einfach bekommen. Versuchst du doch nochmal da oben zu den zwei Kisten hinzukommen. Entschuldigung. Oh Gott. Ja, beschütz mich mit Z. Ich habe noch ein Steinschwert bekommen. Ich kann die Truhe nicht mehr öffnen, weil ich zu viele Waffen habe. Yay. Da muss ich auch erstmal schaffen. Ist immer tagvoller Waffen. Nur habe ich... Oh doch, ich habe einen Fisch und sowas. Und ich habe einen Bogen, aber keine Pfeile. Toll. Also bis jetzt sind wir schon mal gut ausgerüstet, würde ich sagen. Ja. Das wäre ich. Du bist ja nicht da. Also schon da, aber... Ach, ihr wisst euch meine. Ja, ich versuch mal das Jump'n'Run da zu machen. Je te vois. Ja, wir sind die Franzosen. Ist immer das Beste, wenn ein Franzose auf dem Server ist. Und dann dauernd spammt. Ja. So toll. So. Ich glaube, da oben ist ein Jump'n'Run drin, was Paul noch nicht geschafft hat. Danke. So. Moment. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe ein bisschen... Leg, leg. Naja. Ich finde es so lustig. Äh, wie komme ich da hoch? Ich glaube, nicht hier. Irgendwie. So. Hier hoch, da hoch, dort hoch. Und, äh, nee. Hey, nach dem Hangar ist noch eine Truhe. Cool. So, Rüstung? Ich brauche... Ja, noch ein Schwert. So sieht's aus. Weißt du, manchmal finde ich gar kein Schwert, nur Rüstung. Jetzt finde ich nur Schwert und keine Rüstung. Ist wirklich so bescheuert. Ja, sauber. Nur Rüstung, was ich schon habe. Ich brauche Eisenrüstung. Wieso habe ich einen Knochen? Ach, Mann. Sorry, Leute. Aber, naja, kann ich nichts machen. Ähm, was witzig ist, wenn du Lederrüstung hast und Knochen, kannst du dir aus dem Knochen Bowlingeel machen, damit die Rüstung weiß einfärben, dass es so aussieht, als hättest du eine Eisenrüstung. So als Abschreckung. Ah. Ja, das ist sinnvoll. So, hier hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Ja, sowieso, Tralusse. So viel Aussagen, die Kommentare. Hier hoch, da hoch, dort hoch. Wohin gehst du? Ich gehe einfach mal nach ganz oben. So, bin ganz oben. Hallo. Ah, nee, da ist eine Kiste. Und da ist ein Schweinchen, das Danzt. Danzt, Danzt, Schweinchen. Und, oh, yay. Ich hab Gold. Wuhu. Da ist doch irgendwo diese Höhle. Hä? Die müsste irgendwo da links von dir sein. Ja, genau. Ich seh sie nicht. Da links ist doch dieser Stein. Hey, da ist eine Kiste, die hab ich glaub ich voll übersehen. Hier. Oh, ich müsste mal was essen. Ich sehe jetzt. Hättest mich auch mal drauf hinweisen können. Ich mach doch nicht auf sowas. Sonst drogen. Hey, ich hab' geschüttelt, yay. Ich brauch' mehr Essen, ich brauch' mehr Essen, ich kann mich nicht mehr heimen. Das ist doof. Für hier ist niemand. Ich brauch' essen. Ich hab' mir... Ich hab' mir... Ups, das war's gut. Entschuldigung, Leute. Ähm... Ich geh' mein' das... Aua. Haus da. Ich hoffe, da ist jetzt niemand drin, der mich einfach so abzocken kann. Denn... Ja. Sehr schlecht. Denn die soll ich echt gute Chancen. Oh, ein TNT. Aber... Kein Essen. So, als find' ich kein Essen, keine Rüstung. Hey, das noch ne Kiste. Yeah, ein Steinschwert. Juhu. Yeah. Ja. He, he. Man, das nervt so lexam. Ist keine Kiste mehr drin. Ich hab' nur noch 500 Ferzen. Das ist... Da kann ich nur... Dottern. Ne? Nicht sprinten! Nee! Tue ich nicht! Sieht nur so aus. Da rechts ist noch eine Kiste. Rechts? Ah, stimmt. Ja. Ja. Ich setz einfach mal Kopfwert rein. Yay, noch mehr Schwerter. Wow. Gebt mir Essen. Schön. Ah, ich glaub, hier ist Weizen mal gewesen. War auch schon mehr abgeerntet. Oh, hier ist die Kiste. Die ist leer. Toll. Hey, das noch nicht, ich glaub, hier ist noch keiner. Hey, das ist ein Apfel aus dem... Ich hab ein Blatt von einem Baum zu kaputt geschlagen, was kommt draus? Ne? Hey. Ja, mehr Rüstung und ein Goldbarren. Und ein Schwert. Wow. Alter, das ist doch... Das ist doch abartig, wie viele Schwerte ich bekomme. Wenigstens heilig mich jetzt von mir. Vor allem von dem Essen. Von dem Apfel, den ich aus einem Blatt gekriegt hab. Lucky sheep in black. So. Gucken wir uns mal kurz um. Ich seh irgendwie wie niemanden, ne? Ist auch komisch. Da komm ein Leben. Reck dich hoch. Da geht doch. Und ich hab hier noch volles Leben. Ist schon mal besser. Ich hab jetzt... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Schwerter. Neun Schwerter. Neun Schwerter. Wow. Klopft du grad auf deiner Tastatur oder sowas rum? Was ist? Hast du grad auf deiner Tastatur oder sowas rumgekloppt? Kann sein. Ja, ich hab Essen gefunden. Und noch ein Knochen. Ja, ja. Jetzt ist es ja gar nicht mehr so verzögert. Hm. Kann ich irgendwas craften? Glaube nicht noch. Hm. Weiß nicht. Hey, da unten ist jemand. Irgendjemand ruft uns an. Das ist mega. Hallo. Hallo. Du bist mitten in der Aufnahme. Freu dich. Hallo. Hallo. Oh. Ja, echt ein Zufall hier. Hier. Nein, nein, nein. Ich sehe nicht. Ich bin tot. Toll, danke. Das ist deine Schuld. Wow, hier. Ihre Computergeschwindigkeit beeinträchtigt die Gesprächsqualität. Sie können möglicherweise... Okay. Ihre Computergeschwindigkeit ist hoch. Alles deine Schuld noch mehr. Ihr Computer läuft schnell genug für Anrufe und Videoanrufe hoher Qualität. Ähm. Ja, ist klar. Tschüss.